So, wir sind wieder hier. So, und... Zack! Tja, damit hat er gar nicht gerechnet. Ha, schau mich an. Richtig abknall. Wieder da hinten. So, komm, vorher bin ich ihm getroffen. Jetzt auch wieder. Mal schön in die Burne. Na, come on. So, Kameras. Ich glaube nicht. Hey, da versteckt es immer noch einer. Stecken sie nicht dazu zu weit. Ja, genau. Das steckt wieder oben an. Komm, den einmal. Ich frage mich ja gar nicht hier irgendwie weiter fort zu rücken. Überall tauchen immer Gegner auf. Oh, der hat mich doch ganz weit weg. Ich würde sagen, ich gehe rechts rum. Nein, doch, ich rufe. Sprinten wollte ich jetzt aber nicht. Er fangt dann rumzuwetzen. Steht da einer? Okay, meine Munition. Meine Munition geht langsam zu einer Ecke. Wo haben wir hier rein? Hier hinten. Das ist nix. Okay, warum kann ich nachladen? Wo haben wir Munition aufgehoben? Ja, ich sehe auch gar nichts. Ja. 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 Alles klar. Von da. So, das müssen wir doch explodieren lassen. Das war doch gebrannt. Wir haben mit dem Stump unterwegs waren. Oder auch nicht. Wir müssen rein. Wow, 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 wow. Wer hat da geschossen? Ich gehe mal schnell rein. Ja, von hinten. Von hinten. Genau. Innen noch von hinten. Sehe ich so schwul aus? Lagerraum. Da ist auch hier mächtig was los. Ich sehe den gar nicht. Hier. Hier. Weiß nicht, hab ich mich getroffen? Da kommen die schießen immer durch. Und ich. So, in your fucking face Hab das schon wieder geschossen? Haha Diesmal hab ich mal durchgeschossen Ja So, Kollege Na, der Koch, der hat auch ne Waffe Genau Oh, ne MG So, der ist, ich bin nüber So, ja genau So, die haben wir weggeschmissen Nehmen wir gleich durch die AK mit Diesmal ohne Visier So, hab ich den einen jetzt überhaupt getroffen, den Da vorne oder nicht Einmal schwinden durch das Brett durch Na Ei, 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 ei Ganz Hermä hier auf dem Schiff Hier ist Fire Zoom Ich weiß nicht, ob wir hier durch müssen Oder doch hier wieder raus Ah, da kommt schon hier Der Stump und seine Kollegen Ja, genau Ich idiot, renne einfach mal rein Ich glaube, ich chill mal lieber hier draußen Bei den Stühlen Das ist nicht so ein bisschen der Aussicht Oh, die Helikopter kommen auch immer näher Ich will meine Kollegen mal aufräumen Wo, 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 wo Immer, wenn ich den Nachladen komme nicht So, hier schläft keiner Na toll, die sind ja auch alle wach und schießen auf mich Wo, wo war da gerade einer Okay, doch Wow, wow, wow Alter Man streckt mich halt Ich hab doch einen gesehen hier In deine Eier Na, ein Löchen Der sitzt da und betet noch So, hier kann man nicht rein Hier kann man rein Ha, war das hier die Putze oder was? Auch noch die Putzfrau ist hier bewaffnet Gibt's ja gar nicht Hallöchen Hallöchen, sag ich So Jetzt geben wir hier schon Jetzt für eine Party Lauter Flaschen Hier auf Flaschen Da hinten eine Flasche Hier eine Flasche Und da eine Flasche Genau, ich spring halt nach vorne Auch sehr schlau Bisschen Munition aufheben noch Stört die Hier die AK Kann ich nicht nehmen Munition ist schon voll So, komm her Ja, mein Freund Ja, genau Jetzt schießt ihr auf mich Aber gar nicht schlau Ach, ich schlau Ach, ich schlau Ah, ich schlau Bist du Nur zu. Das wird Ihren Freund nicht retten. Versicher. Zerstoß. Bewegung. Runter, runter. Was zum Teufel? Was machst du hier? Das Schwein hat Mother getötet. Regelrecht exekutiert, Fudo. Das ist zart, Aldin. Lifter 6, Lifter 6. Hier ist Mako 1. Achtung, Fahrzeug ist gesichert. Ein KIA. Ein Kehrt Bravo. Erbitter umgehende Evakuierung. Wir holen dich hier raus. Hilf diesem Stück Scheiße auf die Beine. Der jüngste Zwischenfall ist eine weitere Zerreißprobe der angespannten Beziehungen zwischen Washington und Islamabad. Laut den pakistanischen Sicherheitsbehörden haben, so wörtlich, amerikanische Spione ohne Grund einen Frachter mit Kurs auf Karachi gekapert. Pakistan hat daraufhin sämtliche Versorgungslinien der NATO nach Afghanistan geschlossen und erneut ein Ende der amerikanischen Drohneneinsätze gefordert. US-Diplomaten wollten sich vor der Kamera nicht zu den Vorwürfen äußern und geben vor, nichts von den Vorfällen bewusst zu haben. Gleichzeitig rät die amerikanische Botschaft in Islamabad, allen Amerikanern das Land zu verlassen. Das ist sowas. Dingo, siehst du auch, was ich sehe? Ich seh's. Aber ich weiß nicht, ob ich's glaube. Die Ophi ist so wichtig, um sie ein paar Froschmännern zu überlassen. Also beim letzten Mal gab's noch keine Rentnerparkplätze in der D.C. Hey, ist gut, dich wieder im Team zu haben. Wie in alten Zeiten, Mast. Wir machen's richtig, Mann. Und wenn's das Letzte ist, was wir tue, wir machen's richtig. Ja. Okay, Ladies. Ausrüstung anlegen. Wir haben einen Versuch, bevor der ISI die Party sprengt. Wir haben insgesamt 50 Minuten. 30 Sekunden! Wie in drei Tagen, Mast. UNTERTITELUNG Danke für die Hilfe! Ja, shit! Witzig. Wusste gar nicht, dass sie zusammenspringt. Es muss ja interessant bleiben. Wir sind nicht ihr Plan. Stump, du und Dusty beobachten. Preacher, du kommst mit uns. Viel Spaß. Wir halten euch den Rücken frei. Jo, dann müssen wir dem Opa erstmal hier helfen, dass er runterkommt. Warte. Wir stehen vor der Anlage. Augen aufladen. Das Krasse nähern sich mehrere Fahrzeugwürttpersonen. Befunden. Wir wollen sie auch nicht fahren. Ein Dutzend vielleicht mehr. Sie entrainieren uns gut gewandete Waffen. Das sind garantiert lehrig, dass wir da sind. Okay. Den sollten wir uns wohl vorerst nicht so in der Gruppe anlegen. So, also den vielleicht. Jo. Wollte gerade schon sagen, hey. Den zweiten nicht weg. Ich bin gleich. Ich verkiss sie. Wenn ich glaube, sie finden, sitzen wir mit Fähriger im Atik weg links und fliege nach Hause. Warum haben sie die Anlage dran? Keine Ahnung. Gleich mit Fähriger ausgeführt. Wenn er untertauft, dürfte es nur beide da auch nicht mehr zu sehen. Wude. Kommt doch mehr Ärger. Was denn? Lagerfeuer. Etwa ein halbes Dutzend Wachen. Mach bloß kein Schaß, Jungs. Jetzt ist die Party vorbei, du bloß sie angefangen hat. Na toll. Sieht nicht so aus. Von dem kommt er nicht vorbei. Rücher, wir wollen hier. Macht sie fertig. Alles klar. Die Würstchenparty ist vorbei. Ich würde mal sagen, ich nehme den ganz rechten. Ja, Kollegen. Das war auch nicht so... Na gut, die Arbeit, genau. Von wegen. So gut war die Arbeit jetzt auch nicht. Na toll. So, haben wir wieder einen Kollegen, der so abseits steht. Ich denke mal, wir warten erst bis... Haha. Ich merke gar nicht mal. Auch mal geil. Das war natürlich alles geplant. Ein bisschen Täuschungsmanöver und dann... ...erst in den Kopf rein. Und wir dürfen jetzt hier... ...einfach hier in der Mitte reinlaufen, oder wie? Finde ich jetzt aber auch doch ein bisschen seltsam. Ja, Sprint hat los. So, ein Dingo geht voraus. Bis jetzt ist ja eigentlich noch alles hier relativ still. Was soll den Strom? Der Elektriker doch für wieder ins Werk. Darf ich da wieder so draufhauen, oder... ...diesmal normal abschalten? Haha. Alles klar. Mal wieder top den Strom an. Abgeschalten. Nicht angeschalten, sondern abgeschalten. Gehen wir rein. Jetzt habe ich wieder so eine blöde Taschenlampe. So, aber na toll. Hier ist noch Licht an. An der Tür sammeln. Ich denke mal zum Vorstoßen. Nämlich die große Bumme. So. Okay, die Schrautflinte macht aber viel Krach. Okay, Eintritten auch. So, und... Ja, genau. Mal voraus. So, Nummer eins. Nummer zwei. Da steht der dritte. Okay, wo ist der vierte? Na, der steht wieder auf. Die liegen immer da. Nach oben. Vorwärts. Schachbar geil. Einer liegt immer da. Wer ist jeder? Zwölf Uhr. Haha. Slide halt mal die Treppe runter. Mr. Slider. So. Der hat keine La... Naja, genau. Rennen halt voraus. So war das jetzt aber nicht geplant. Sollen wir schon ins Licht feuern. Löschen. Die stehen nur an der Türe. Tanko am Boden. Na, der hat jetzt keine Lampe. Na toll. Dann hätten wir uns irgendwie vielleicht ranschleichen können. So, der hat ja auch keine Taschenlampe. Mal probieren irgendwie so hier an die Leute ranzuschleichen. Obwohl, hier steht eine Lampe vor meinen Füßen. Wow. Tja, das war's. Ohne Strom hier wieder. Ja, toll. Ja, komm. Warum ist das, wie ich denn kommt? Er ist tot. Hallo, ist das Geschütz? Nee, ist Ballock noch. Und wie treffe ich den nicht? Wow. Heieiei. Ja, gar keine Ruhe bei Hause. Der ist vor dem Strahler. Das ist ein Tipp sogar. Das Auto. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den überhaupt treffen kann oder nicht. Weil eigentlich schreckt der ja im Kopf raus. Magazin werden wir mal wieder schön. Ich bin mir da gerade gerade die Granate sehen. Ich muss mal sagen... Okay. So. Nicht zu weit. Wow. Hey. Auto lebt immer noch. Kann es aber nicht sein, dass ich den nicht treffe. So, und wo geht's hin? Komm! Perfekt ans Auto! Komm hinein in den Hammer. Jetzt komme ich aber richtig gegen Schaden hier. So, schon in den nächsten Jahren gerannt. Einfach durchspringen oder können wir auch nach unten laufen? Okay, nach unten laufen. Okay, der Truck ist, glaube ich, weggefahren. Na, alles klar. Dann probiere ich mal meinen Bashes hier rechts rum. Ja, flankieren! Der flankiert mich genau. Der spawned halt hinter mir. Ein modernes Flankieren. Genau. jetzt Cord inthasstotkamp. Juni. Und dann halt noch 살짝 richtig drauf reper四. Ja, alles klar drauf.